Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Wissensmagazin von biotechnologie.de. Dieses Mal mit folgenden Themen. Und schon wieder trieft die Nase. Und wie immer stellt sich dann die Frage, ist es nur eine harmlose Erkältung oder brütet man doch eine Grippe aus? Wie praktisch wäre es, wenn das unser Taschentuch gleich beantworten könnte? Genau an dieser Idee arbeiten Potsdamer Forscher, dem Taschentuchlabor. Biologen, Physiker, Chemiker und Mediziner. An dem Projekt Taschentuchlabor tüfteln mehr als 70 Forscher. Kopf des ambitionierten Verbundprojekts ist Frank Bier vom Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik. Unter seiner Leitung arbeiten 14 Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland daran, Krankheitserreger gezielt und ohne aufwendiges Gerät zu erkennen. Ja, wir entwickeln Technologien für den gerätefreien Nachweis von Infektionserregern, von Salmonellen oder auch Grippeviren und wollen damit eine Möglichkeit schaffen, in den Gegenständen des täglichen Gebrauchs, zum Beispiel ein Taschentuch, unmittelbar einen Nachweis zu führen, der dann schnell alle möglich medizinisch relevante Keime nachweisen kann. Die Idee des Taschentuchlabors? An flexible Gewebe oder Polymere werden bestimmte Moleküle gekoppelt. Diese funktionieren ähnlich wie die Antikörper unseres Immunsystems. Sie erkennen gezielt Strukturen auf der Oberfläche von Krankheitserregern und können so ganz spezifisch Viren oder Bakterien binden. Um möglichst viele Varianten dieser Erkennungsmoleküle herzustellen, wurde am Potsdamer Fraunhofer-Institut eigens ein Robotersystem entwickelt. Es produziert quasi am Fließband die benötigten Moleküle. Der Clou? Sie erkennen die Erreger nicht nur, sondern sie zeigen sie auch an. Durch die Bindung wird ein Farbsignal ausgelöst, das sich über das gesamte Gewebe ausbreitet und so den Erregernachweis für das bloße Auge sichtbar macht. Und das schneller als je zuvor. Schneller heißt in dem Fall, dass es auch zum Beispiel in der Krankenhaussituation schneller entschieden werden kann, was muss ich eigentlich mit dem Patienten tun. Die Probe muss nicht weggeschickt werden, sie muss nicht lange im Labor untersucht werden und kommt dann wieder zurück. Sondern ich habe in dem Moment, wo ich den gerätefreien Nachweis führen kann, sofort ein Resultat, das mir ja oder nein sagt, hier ist Gefahr in Verzug und ich muss handeln. Es geht also um viel mehr als ein Taschentuch mit Sonderfunktionen. Die Fraunhofer-Forscher tüfteln an vielen verschiedenen Technologien. So auch an einem Test, der auf Papier basiert und auf Wärme reagiert. Die Chemikalien oder Enzyme stecken in getrockneter Form bereits in diesem Papier. Auch hier erfolgt der Nachweis über einen Farbumschlag. In den kommenden Monaten sollen die verschiedenen Technologien des Taschentuchlabors noch optimiert werden. Jetzt in der Endphase des Projektes geht es vor allen Dingen darum, solche Signale zu generieren, die schnell genug, stark genug werden. Also wir brauchen irgendwie eine Amplifikationskaskade, eine Verstärkung des Signals. Am Schluss muss es eben krachen, sozusagen. Und daran arbeiten wir noch. Das Projekt Taschentuchlabor läuft noch bis Herbst 2014. Dann werden Industriepartner gesucht, mit denen die Technologien zu marktreifen Produkten weiterentwickelt werden sollen. Mit dem Hirnschmalz von Zockern weltweit biologische Rätsel lösen. Darum geht es beim Onlinespiel E-Turner. Hier können Spieler im Dienste der Wissenschaft an RNA-Molekülen puzzeln. Unsere Auslese. Die Regeln des Onlinespiels E-Turner werden allein von der Natur bestimmt. Aufgabe dieses Spiels ist es, in verschiedenen Missionen RNA-Moleküle in Form zu bringen. Dazu müssen die Basen Adenin, Guanin, Urazil und Zytosin geschickt miteinander kombiniert werden. Das Aussehen der RNA hängt davon ab, welche Reihenfolge der Paarungen der Spieler wählt. Je nachdem, wie stark die Bindungen zwischen den Basenpaaren ist, verändert sich die Gestalt der RNA. Was am Anfang noch leicht aussieht, wird mit steigenden Leveln immer kniffliger. Mitspieler können auch selbst RNA-Puzzle vorschlagen. So können in der Natur vorkommende RNAs nachgebaut werden, aber auch ungewöhnliche Formen wie Blumen oder Spinnen. E-Turner ist nicht nur ein kleiner Zeitvertreib für Online-Gamer. Tausende Nutzer haben bereits völlig neue Molekülformen designt. Aus den ausgewählten Kombinationen erhoffen sich die Entwickler des Onlinespiels neue Erkenntnisse zum Faltverhalten von RNA-Molekülen. Tank oder Teller? Diese Debatte brandet immer wieder auf, wenn es um Biosprit geht. Denn für die Herstellung von Biosprit braucht es Energiepflanzen wie zum Beispiel Mais oder Zuckerrüben. Doch Wissenschaftler forschen bereits an einer alternativen Quelle. Pflanzenabfälle. Und daran arbeitet auch Eckart Bohles von der Universität Frankfurt. Guten Tag, Herr Bohles. Hallo. Warum ist es denn so schwierig, aus Pflanzenabfällen Biosprit herzustellen? Biokraftstoffe sollen ja in der Zukunft die heutigen fossilen Kraftstoffe ablösen. Es gibt ja bereits Biokraftstoffe. Bioeuthanol denken wir zum Beispiel ans EC. Das Problem heutzutage ist jedoch, dass diese Kraftstoffe hauptsächlich aus Nahrungsmitteln gemacht werden. Und in der Zukunft setzt man daher eher auf Pflanzenreste, Pflanzenabfälle. Das Problem jedoch ist, dass in diesen Pflanzenabfällen die Zucker sehr stark gebunden sind. Und vor allem, dass auch Zucker drin vorkommen, mit denen die Hefen, die normalerweise eingesetzt werden, um diesen Bioethanol zu produzieren, dass diese Zucker den Hefen nicht schmecken, sie da nichts mit anfangen können. Und deswegen der Prozess noch nicht rentabel genug ist. Und wie haben Sie es geschafft, den Hefen, die Pflanzenabfälle schmackhaft zu machen? In einem ersten Schritt, bereits vor einigen Jahren, hatten wir dazu Erbmaterial aus Bakterien genommen, denen diese Abfallzucker schmecken, das in unsere Hefen eingepflanzt. Und die Hefen waren dann in der Lage, diese Abfallzucker mit Hilfe des Erbmaterials der Bakterien in Bioethanol umzusetzen. Das Problem war nur, dass das immer erst erfolgte, nachdem der leckere Zucker, der Traubenzucker, aufgebraucht war. Das verlängert die Prozesslaufzeiten und verteuert den ganzen Prozess. Und was uns jetzt gelungen ist, ist ein Aufnahmesystem für die Zucker zu entwickeln, sodass beide Zuckerarten, der gute, der leckere Zucker und der Abfallzucker, gleichzeitig verwertet werden können. Und das verkürzt jetzt enorm die Prozesslaufzeiten. Was fehlt denn jetzt noch zum Biosprit aus Pflanzenabfällen? Die Hefen sind im Prinzip jetzt fertig, aber der gesamte Prozess, der besteht halt auch aus noch mehr anderen Komponenten. Zum Beispiel müssen die Pflanzenabfälle erstmal aufgeschlossen werden, die Zucker müssen freigesetzt werden. Das passiert mit Hitze, mit Enzymen. Und diese Vorbehandlungen sind noch sehr teuer, sehr aufwendig. Und die Entwicklung muss jetzt dahingegen diese Vorprozesse, bevor die Hefen dann eingesetzt werden, noch effektiver zu machen, kostengünstiger zu machen, sodass letztendlich dann das Bioethanol dann konkurrenzfähig werden kann mit den fossilen Kraftstoffen. Vielen Dank. Danke schön. Und das war es auch schon wieder mit der neuen Ausgabe von Biotechnologie TV. Weitere spannende Themen gibt es natürlich wie immer auf biotechnologie.de. Und in der neuen Kreidezeit erklärt Jan Wolkenhauer, wie Proteasen, Proteine an ganz bestimmten Stellen schneiden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017